Hi Rola, shish! Ich fake jetzt jede Task richtig schlecht und schau, ob es funktioniert. Oh Mann. Sorry. Was geht ab? Romata stand rechts am Task. Und dann Unge. Aber Unge ist ganz schnell weggegangen. Ja, Mia, wenn Romata oder ich die Schlüsseltasks faken, dann kannst du davon ausgehen, dass wir schon wissen, dass da eine Schlüsseltask ist, die man faken kann. Das ist eher so... Nur um andere Leute zu faken. So süß, ich glaube, dass sie Crewmate ist. Das Problem ist, Chef ist tot. Hut ab an die Imposter, weil Chef als erstes zu killen ist echt wirklich... Danke. Ich meine... Ey, lass den auch noch in Ruhe. Ein gewisser Frieden für die Ohren für eine Runde. Da wird in FIFA schon genug gepeiligt. Hat jemand gesehen, in welche Richtung Chef gelaufen ist? Dann können wir das jetzt ja nutzen. Absolut. Ich glaube nach unten, oder? Ich auch. Ihr könnt ja was sagen, wo ihr euch gerade befindet. Also ich wollte gerade Lifeline reingehen, bin aber auf Höhe von der Cards Swipe. Also noch nicht bei Lifeline. Also ein, zwei Schritte davor. Ich bin in Spaciman. Ich bin in Storage. Storage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich bin, aber ich möchte sagen, Romatras 100% Crewmate, weil niemand würde es faken zu tanken, dann zuerst an den linken Auftanker legen. Das kann einfach nur ein Master-Game-Troller sein, dass Romatras auf jeden Fall Crewmate... Also denkst du, dass das so schlecht von ihm war, dass es extra gefakt aussehen sollte, um dich zu verwirren? Keine Ahnung. Aber da stand jetzt gerade schon wieder bei mir in Storage, ne? Ja, ich bin als erstes... Was hast du denn gemacht? Als erstes habe ich gefakt, dass ich den auffülle. Das habe ich viel zu schnell gemacht. Dann bin ich links hingegangen, obwohl du rechts als erstes machst. Dann bin ich von links direkt nach rechts und dann bin ich wieder in Storage rein. Können wir dafür... Romatras voten? Ja, wenn wir alles zusammen arbeiten... Ey, wenn Chef nach unten gelaufen ist, ich habe noch Karuso auch nach unten laufen sehen. Mir ist nicht. Danke. Karuso habe ich auch nach unten laufen sehen. Wenn Chef nach unten gelaufen sein sollte, würde ich jetzt hier ein bisschen... Karuso sassen. Wir wissen ja leider heute nicht, wo Chef liegt. Aber es ist tatsächlich so. Ja, wir wissen überhaupt gar nichts. Romatras hat irgend so eine Einstellung, dass immer wenn jemand anders redet, dann wird der unterbuttert. Ich fand es gut, dass er mich gar nicht gefragt hat. Ja, sicher. Es gibt so. Miki, hast du Chef gewartet? Wo? Was? Wo? Oh Gott, Romatras. Gut, zwei Posten sind mit draufgegangen. Ich denke, Romatras safe. Ja, Fleske ist es nicht. Mit Fleske kann ich ein bisschen groupen. Ich habe keinen Tisch. Nee, Fleske ist es nicht. Ich muss keine Angst vor Fleske haben. Hä? Aha. In der Opinion muss ich sagen, Floppy sehr sass, weil er die ganze Zeit mit Karuso hin und her gerannt ist. Wo? Nee, wir sind nur noch einmal gefreut. Ich würde gern Fleske hören. Der hat was zu sagen. Der hat Info. Also die Leiche von Karuso, die liegt im Office zwischen Lifeline und Admin in dem Gang in der Mitte. Zuletzt gesehen habe ich in Office Mia und Karuso an der Lifeline. Also ich kann ja sagen, wo ich Karuso zuletzt gesehen habe. Ich war in Lifeline und bin dann raus rechts und bin rüber Richtung Electrical. Und da ist Karuso mich gekreuzt und ist zu Admin reingelaufen oder zu Office reingelaufen. Und ich stehe am Ende in Camps bei Sabine. Und ich war vorher noch bei Electrical zu gucken, ob da eine Leiche liegt bei Mia. Also Mia und Sabine kann ich ausschließen, denn ich bin als letztes aus Office rausgegangen und bin zu Mia an die Temperaturmesser, als die schon dran stand. Dann war dieser Reaktor, dann sind wir hochgelaufen, dann sind wir zu da Electrical und O2 runter und Mia war die ganze Zeit da und Sabine aufgetreten. So war ich nicht im Office? Am Ende nicht, nee. Am Ende nicht. Ich hab mich verguckt, aber irgendwer war mit Karuso auf jeden Fall an Lifeline. Wer war das? Am besten jetzt sagen, ansonsten ist das auf jeden Fall nicht. Äh, ich war ganz am Anfang an Lifeline und Admin. Als das Slide ausgegangen ist, da war ja, äh, Simon, du warst bei Electrical oben, Romatra war oben noch an dem Reaktor, Swabine war da und, ähm, noch jemand, Flobby kam von rechts. Mia? Ah, dann war das Mia? Okay, dann ist es Fina gewesen. Ja, Fina stand da auch. Zu der Zeit war ich unten, ja. Weil vier Leute waren bei mir, ich war in Security und Flobby kam von rechts. Und das gibst du jetzt erst zu, Fina? Ja, das hab ich mir auch gedacht. Nee, das ist ja Ewigkeiten her schon, dass ich da war. Nee, 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 nee. Doch, das war relativ am Anfang der Runde noch. Ich hab mich gar nicht weit weg bewegt von da unten. Das war, bevor ich in die Cam geschaltet habe, wo ihr zu viert vor der Tür standet. Wollt in die Camps. Okay. Okay. Ich war in der Camp, ich hab euch, ich hab Fina und Karuso, glaub ich, im Office gesehen. Boah! Okay, es liegt noch jeder. Chillig, 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 chillig. Ein paar Tasks. Ein paar Tasks. Specimen Flash. Oh. Wer hat Licht angemacht? Ich. Oh, hast aber sehr lange gebraucht, Fina. Weil ich weiß nämlich, wann du zum Licht gegangen bist. Und zwar bist du zum Licht gegangen. Ich war in den Camps erst und bis ich da gemerkt habe, wie das Licht aus ist. Immer wenn ich nicht sterbe, bin ich so traurig. Wisst ihr, wo die Leiche ist? Ja, wenn du dich komisch verhältst. Du verhältst, du verhältst, du verhältst. War jetzt einer, wo die Leiche ist? Nein, nein, nein. Ich vermute, die liegt in Lab, weil da jetzt recht lange im Punkt ist, aber nicht 100%. In Lab waren zwei Punkte. In Lab war ich am Ende nochmal zu gucken, weil ich hab Sabine aus das Lab rausgekommen und da bin ich in den Lab reingegangen, um zu gucken, ob die da mehr umgehört hat. Aber sie war... Warte mal, wo warst du im Lab, bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Micky, bist du der Mörder? Och, Simon. Okay, ich hab da wichtige Info. Micky war nämlich im Lab und fragt jetzt, wer... Ich hab nämlich Micky gesehen und zwar war er hinter dieser Schleusentür und da war noch eine Person bei dir, Micky. Du warst nicht alleine. Mit deiner Schleusentür? Warte, ich hab eine wichtige Frage. Ich war die ganze Zeit alleine. So, und ich hab ja auch den Emergency Button gedrückt. Ja, ja, erzähl mal ganz kurz, wer mit mir in der Schleuse war. Du warst mit Frauen da, ne? Mit mir war, glaub ich, keiner in der Schleuse. Wir waren in der Cam. So. Wir waren in der Cam. Hey, ich würde gerne mal den Laufweg von Unge nach Lab wissen. Du warst im Lab drin? Ja, nicht im Emergency Button. Genau, ich bin nur, ich bin... Ich weiß nicht, was ich sagen will, aber kein Problem. Ja, wir können auch Micky erst reden. Also ich stand vor Lab, ich hab gesehen, dass Sabine rausläuft, hab mich reingelaufen um zu gucken, ob da jemand tot ist. Ja. Dann bin ich zu der Schleuse gegangen und die Tür war zu, weil gerade jemand drinnen geduscht hat und es war Micky und noch jemand. Ich dachte, da wäre noch eine Person drin gewesen. Weil ich hab die gesehen, die haben sich beide an die Tür gedrückt. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht war Micky auch alleine. Und wie hast du mich dann gerade unten in Admin gecrossed? Jetzt... Das ist schon eine Weile her, das ist schon eine Weile her. Mit der... Hä, nein, 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 wir haben uns schon... Nein, gerade als Licht aus war... Lab ist schon eine Weile her. Lab ist schon eine Weile her. Lab ist schon eine Weile her. Ich denke auch Unge ist gewendet. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Ich denke auch Unge ist gewendet. Nein, das ist kein Quatsch. Okay. Das ist Quatsch. Ich war nämlich an Lifeline und da hab ich gesehen, dass... Oh mein Gott. Das ist Quatsch. Und dann bist du mir entgegengekommen und bist aus dem Admin reingewendet, hochgelaufen und mir entgegengekommen. Hä, bist du jeck? Sabine kann bezeugen, dass ich in Lab reingelaufen bin. Sabine, bin ich in Lab reingelaufen, hast du mich gesehen? Ja, aber wie bist du dann gerade nach Atmen runtergekommen? Ja, wie bist du dann rausgekommen? Einfach rausgelaufen. Nein, du hast eine Lüge. Bullshit. Ich würde gerne nochmal anmerken, für den Kill auf Eroso und Office kommen nur... Ne, also wenn Miki mich jetzt so hart voten will... Okay, sie haben mich bei einem Postal gewohnt. Unter Fähne und Flobby ist einer, ne? Merkt euch das bitte. Und Fähne ist wahrscheinlich halt Flobby. Ich weiß, dass du es nicht missblässt. Ich will nicht sterben. Ich will gewinnen. Ich muss den mir lieber an ihre Punkte geben. Also Ongel ist es ziemlich sicher. Der ist mir da nämlich gerade übel durchgewendet. Man muss sein Labor oben Tasks machen und da sterbe ich. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Das hier oben überlebe ich nicht. Ich überlebe es nicht. Oh, so schade, dass Wes tot ist. Es ist so schade, dass Wes tot ist, boah. Aber wieso hat Wes gerade gesagt, dass von Fähne und mir einer Imposter sein muss? Ja, weil er es mit vermutet hat. Also wie kam er auf mich? Ja, von der Runde davor, aber wie kam er auf mich? Er hat einen linken Reaktor. Stopp, nein, nein. Ich will jetzt hören, wer linken Reaktor gefixt hat. Schnell. Äh, ich? Oh, es kam auch spät. Was? Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Selbst wenn er es sagt, ist es ja... Simon, als du in der Live-Fall warst, waren da auch schon beide tot? Ne, ne, nur Weiß war er tot. Das heißt, der letzte Kill muss in den letzten Sekunden. Ja, okay. Der letzte Kill ist ohne. Bitte ausschließen. Direktivarbeit jetzt von dir, Romatra. Komm. Ich bin mir ziemlich sicher, es sind Unge und Lobby oder Fiene. Okay, das ist schon falsch. Miki, du wirst es nicht. Ich glaube nicht, dass es... Ich glaube nicht, dass es... Okay, ich kann noch eine Sache sagen. Ja. Ich weiß, Miki und Romatra verdächtigen mich schon. Es ist auch schön. Verdächtigt mich, da habt ihr gewonnen. Wenn ihr beides seid, das ist schön für euch. Da habt ihr halt gewonnen. Nein, 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 nein. Aber pass auf, hör zu. Fiene kann den zweiten Kill nicht gemacht haben. Ob die den ersten Kill macht, weiß ich nicht. Aber beim zweiten Kill sind wir uns begegnet in Office. Ich habe noch an Lifeline gecheckt. Bin links raus, da habe ich sie gesehen, da ist sie reingelaufen. Und da war nur eine Person tot und zwar nur Weiß. Und bei mir waren dann zwei. Simon hat auch den zweiten Kill nicht gemacht. Also wir könnten jeweils den ersten immer gemacht haben. Also Fiene und ich hätten den ersten Kill machen können, aber ich kann den ersten Kill nicht gemacht haben. Weil Romatra weiß, dass ich die ganze Zeit oben rechts stand. und habe gewartet, bis jemand hochläuft zum Reaktor. Flobby, wie sieht es bei dir aus? Wen findest du verdächtigt? Also Fiene auf jeden Fall. Allein schon von der Runde davor. Bei Unge bin ich mir nicht sicher. Ich finde eigentlich Unge klingt ehrlich. Komm mir erst Simon. Die Sache ist... Ja, ich würde tatsächlich... Stopp, 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 stopp. Unge, ich vertraue dir. Darf ich auch was sagen, bevor... Ich würde Flobby voten. Ich würde Flobby voten. Sag ich jetzt so, wie es ist. Ich würde Flobby voten. Ich würde jetzt Flobby voten. Okay, dann erklär mir zumindest warum. Ich kann dir genau sagen, was ich gerade gemacht habe. Ich finde es doch allen schon von der Runde davor, Sass. Wie kommst du denn jetzt nicht? Ne, Unge hat den Kill... Ich habe den Kill in Lab gefunden. Das habe ich euch noch nicht gesagt. Unge stand wirklich... Vielleicht bin ich jetzt gerade gigalost. Jetzt gerade. Unge wäre für mich der offensichtliche Vote. Aber ich denke irgendwie, dass es trotzdem du bist, Flobby. Also ich war auch am Anfang in Rappen. Dann war ich auch in Lab. Okay. Ich würde auch Flobby voten wegen Vlesks Aussage. Aber... Vielleicht haben wir verloren. Flobby, Flobby, Flobby. Flobby, Flobby. Ihr müsst Flobby... Der andere Imposter muss jetzt... Ja, keine Ahnung. Ist es tatsächlich die andere Posterin oder was? Ja, wahrscheinlich jetzt, oder? Du votest wirklich nicht. Vielleicht ist das Lost. Vielleicht ist das... Die anderen meinten irgendwas, dass du gewandet bist. Hä? Das hat nur Micky gesagt. Und Micky ist Lost wie Sau. Okay, schuldigung. Oh mein Gott. Es war richtig. Oh mein Gott. Ich bin so dankbar. Ich habe aber keine Ahnung, wer der andere ist. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es unge ist. Micky ist es vielleicht auch nicht. Aber ich habe zu Matches. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich muss Aufgaben machen. Bitte, bitte, bitte. Komm mit, bitte, komm mit. Oh. Ist das scheißegal, scheißegal. Komm einfach mit. Komm mit, unge. Komm. Scheiß drauf. Ich vertraue dir jetzt komplett, unge. Jetzt sollten wir... Komm mit kurz mit, komm mit kurz mit, unge. Wir müssen jetzt lifeline checken. Weil eventuell ist grad wer gestorben. Und dann müssen wir den Report Button drücken. Also das ist halt... Also Fiene, das kannst du jetzt nicht mehr gewinnen. In dem Moment, weil... Unge und ich waren oben im Lab. Sind die ganze Zeit zusammen umgelaufen. Wir haben Micky alleine gelassen zum Comms fixen. Er hat wahrscheinlich Comms gefixt. Du hast ihn getötet. Ich habe oben eine Aufgabe gemacht. Habe mir gedacht, okay. Safecrawl ist grad irgendwer gestorben. Bin dann zu lifeline. Hab gesehen, er ist tot. Hab den Button gedrückt. Und jetzt drücke ich einen anderen Button. Und zwar den, um dich rauszuwoten. Und diese Runde zu gewinnen. Hui. Ich... Ich wurde Romatra, weil ich glaube dir nicht. Ich glaub dir nicht. Ich glaub Fiene. Simon. Hör doch auf zu dir vor. Ja, das denke ich mir auch. Also wenn du mich... Ja, ist doch klar. Fiene! Scheiß drauf. Du hättest mich nicht voten sollen. Hätt ich jetzt wirklich Romatra gewartet. Echt? Du hättest jetzt nur mich gewartet? Nein, hätt ich nicht. Nein, hätt ich nicht. Ich will mit dir zusammen rumlaufen, weil du wärst die einzige Person, der ich vertraut habe. Wie kann Micky Sonne sein? Das wär so krass durchschaut und der ist einfach tot, Alter. Er hat schon gesagt, das ist Flobby und Fiene in einer Safecall. Nein, er hat Flobby oder Fiene. Ja, ja. Das ist gut zusammengesetzt, weil... Ihr habt auch beide richtig wieder Dings reingeintet, Alter. Ihr hättet das besser runterspielen können. Ey, aber Micky, wie konntest du so aggressiv gegen mich schießen? Oh, Wontunne! Ey, in Runde sieben oder so. Ja, weil... Wontunne, Wontunne, Wontunne! Ich dachte auch, du bist gewendet. Ich dachte auch, du bist gewendet.